hey leute ich freue mich gerne über ein abo like oder kommentar abonniert einmal meinen kanal dann sehen wir immer die aktuellsten videos und noch einer gut hier hatte ich doch schon zweimal gerettet okay wo müssen wir hin aha hier müssen wir hin hat doch die ganze zeit so geleuchtet so unauffällig ich bin schneller als hier dankeschön wir geben sich zum kontrollpunkt so vorsichtig vor naja mein name ist ein bisschen unvorsichtig superkampf droiden dann sieht es immer einer war einer wir müssen rauf auf den steg da war einer rauf auf den steg hier auf wir brauchen scharf schützen ja wir müssen darüber und die schutztür der fenster schließen gut ich werde mich mal schnell beeilen hier ich kann nur nicht mehr mit meiner ausrüstung liegt ja mit kommt hier an der mauer vorbei hier da haben wir schön hacken hacken immer schön hacken die späte haben wir jetzt eigentlich auch als 20 uhr bionado schlägt achte ich bestimmt eingeschlafen bei der klänen ich meine ruhe beim spielen wenn man es mal so nimmt wahrscheinlich gelangt sie zum woki stützpunkt hier kommt das muss ich hier wahrscheinlich eine bombe liegen die kommt mit Prozent das geschieht aber nur wenn der gerade da ist wir gehen mal schnell vor kontrollpunkt gespeichert so den kann man alleine bequemen ich muss mal kurz eine pausse machen meine katze nackt wieder an der tür ach diese katzen biester so da bin ich wieder katze ist drin ich musste gerade das essen von bionado wegstellen machen wir da muss ich aber mal kurz da muss ich aber mal kurz wo ist er denn hier ich helfe dir erstmal und jetzt kommt der ja wieder auf den rein hinter ihnen 3 8 8 und 2 kann man kann doch mal aufhören mit zappeln ja sag mal warum schießt denn der nicht warum schießt der nicht die sind ganz schön schnell ganz schön stark muss ich sagen wo ist er denn die vier hat er das jetzt gar nicht gemacht die vier jetzt was laufen die auch immer so hier rein ich verstehe die eigentlich nicht die die in der zittadelle zu erreichen okay sind alle gerettet dann kann ich jetzt ja dann gehen wir mal und weiter geht's oh die mission die gehen ja echt Stück für Stück nacheinander ich kann nicht mal mehr schreiben finden heute ich bin ich bin ich bin ich bin gestorben also ich bin machen kann man sich gut gut ach da ist auch noch von denen jetzt nicht mehr wir haben die den schwindeligen hier ein ich habe ihn aber auch diese kann doch zu jagen könnte nützlich sein ja So. Haben wir? Haben wir? Cool. Ähm. Leben meine Leute noch? Ja, die leben noch. Geh in Position. Verdammt schafft den Wookiee aus der Schusslinie. Sag du ihm doch, dass er sich zurückziehen soll. Äh, negativ. Helfen wir schnell! Okay. Haben wir jetzt diese vier Brummer. So. Und hier ist noch einer. Gut, der kümmert sich um die. Aber die laufen auch ständig in meine Schutzbahnen rein. Die sind dort selber schuld. Auf 6 Uhr, Boss. 07 lädt nach. Einen guten Klon hält nichts aus, Sir.